Musik Grüß Leute und hallo hier wieder zu einer neuen Folge von FIFA Ultimate Team auf Eurogames Und heute ein bisschen was anderes und zwar mache ich ein Wager um 100.000 Münzen gegen The FIFA Scar, die sind noch nicht so lange auf YouTube, aber machen richtig gute Videos Also da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, der Link ist in der Videobeschreibung Ja, wir spielen mit dem Team um Bale und Totti David Lewis, nämlich ich will unbedingt natürlich Die Münzen holen, ja wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, die sind auf jeden Fall gut Das habe ich gehört und dann sehen wir uns gleich beim Spiel drin Und da ist der FIFA Scorer Online, oh mein Gott, 88er Angriff, 84 Mittelfeld, 83 Defensive Sieht auf jeden Fall übelst krass aus Oh Gott, Crazy Weeds heißt sein Squad Oh mein Gott, er hat echt einen der besten Spieler immer mit Touré, Hazard, Compagnie, Loris, Boateng Oh, Lewandowski vorne drin dann noch Ribéry auf dem rechten Fügel statt auf dem linken Das wird ein krasses Match, ich sag's euch Leute Gucken wir mal, was wir gegen ihn ausrichten können Wie gesagt, es geht um krasse 100.000 Münzen Da hat er einen Freistoß mit Schweinsteiger Kann er da was machen? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht Und da können wir Diego Costa schicken Gedo Costa, macht ihn rein 1 zu 0 für uns Yes, yes So ein spannendes Spiel Ist auch für mich das erste Wager, das ich aufnehme Ich bin so nervös, Leute Und jetzt liegen wir 1 zu 0 in Führung Und jetzt darf er bloß nicht mit Anstoß-Clitch den Ausgleich machen Aber Gott sei Dank nicht So Leute, jetzt haben wir eine gute Freistoßposition Mit der reingeht, das wär so Hammer Und wir probieren's mit Bale Ob er was machen kann Aber leider viel zu ungefährlich Oh nein, da hat er viel zu viel Platz mit Ribéry Viel zu viel Platz Und alter Huh War das knapp Da hätten fast Schweinsteiger Schweinsteiger Reingezirkelt Oh nein, und wieder viel zu viel Platz für Lewandowski Und da ist er natürlich drin Oh, so ein leichter Fehler von mir Aber dann auch gut ins lange Eck von ihm geschossen, das muss man sagen Aber das ist ärgerlich 45. und wir lassen uns so eine jetzt wieder einschenken Das geht nicht Und der Gegner mit einer gesperrlichen Freistoßposition Die muss ich halten Wow, starke Parade, Sirigu Alter Ein richtig gefährlicher Aufsetzer von Schweinsteiger Und jetzt noch die Ecke Oh, das ist so eine weite Ecke Das mag ich gar nicht Er schießt drauf und alter Boah, knapp vorbei Und er war wieder abgefälscht Oh nee, jetzt gibt's hier Ecken im Minutentakt Und wieder die gleiche Taktik Wieder klären Aber Sirigu hat Da Benzema Komm Benzema Hinten Ramirez Ramirez Da Bail Frei Frei Bail Schieß Schieß Nein Pfosten Nein Nein Oh nein 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 Zwei eins in der neunzigsten Nein Wie bitter Ach nö Oh Es darf doch wohl nicht wahr sein Zuerst schießen wir an den Pfosten Und dann das Boah Krasser Scheiß Okay Jetzt müssen wir nochmal alles geben Irgendwie Er pfeift aber leider gleich ab Oh, ist das bitter Neunzigste Zwei eins Nein Oh, ey Und das ausgerechnet beim Wager 50.000 Münzen verloren in einer Minute So kann man sagen, ey Alter Oh, ist bitter Ist das bitter Aber er hat gut gespielt Wir haben unsere Chancen nicht genutzt Und dann kommt halt sowas raus Oh, Mann Ja, Leute Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen Das Spiel Und wenn ihr mehr Wager sehen wollt Dann könnt ihr einen Dauben Oben da lassen Und einen Kommi Irgendwas schreiben Was mich vielleicht aufmuntert Oder so Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ihr werdet dann noch sehen Wie ich ihm jetzt die 50.000 Münzen gebe Also sein Spielerkauf Ja Ich halte ja mein Wort Ja, egal Also dann Haut rein Und haut rein Alter, ich bin voll durch den Winter Scheiße Also macht's gut Und ciao